Hallo ihr Lieben, das ist ein Kurzvideo, hoffentlich, denn ich muss gleich zur Arbeit, ich habe gar keine Zeit für dieses Video. Als Reaktion auf eine kleine Mini-Diskussion, die ich gerade auf Mastodon hatte. Also ich habe ganz naiverweise und unbedarfterweise gepostet, dass jugendliche Revolte oder jugendliche Rebellion ein direkter Effekt von tyrannischen Verhältnissen ist. Und wenn es keine Tyrannei in der Familie gibt, gibt es auch keine Rebellion. Das hat dann doch etwas für mich überraschenden Widerstand hervorgerufen. Eigentlich bin ich da also total naiv, das war erwartbar und vielleicht hätte auch viel größer ausfallen können gegen diese steile These von mir. Ein paar kurze Gedanken dazu, wie ich dazu komme. Erstens, es ist eine unmittelbare Erfahrung in unserer Familie. Also wir haben sicher nicht alles richtig gemacht und gerade als unser Sohn kleiner war, haben wir einige Dinge echt grob verbockt. Da kann ich mich bei meinem Sohn nur entschuldigen. Da haben noch alte Reflexe gegriffen aus unserer eigenen Erziehung, die meine Frau und ich abbekommen haben. Also wir wurden beide sturzautoritär großgezogen, also wirklich sturztyrannischen Verhältnissen. Also ich kenne es aus der Kindposition sehr wohl. Wir haben das aber verändert dann und das hat jetzt den Effekt, da unser Sohn im Jugendalter ist, dass wir keinerlei Revolte oder Rebellion haben, weil unser Sohn gar nicht weiß, wogegen er rebellieren könnte. Und das ist sehr voraussetzungsreich. Da müsste ich jetzt sehr viel länger reden, als ich jetzt zum Beispiel gerade Zeit habe. Aber nur ein Gedanke, das ganze Kleinfamilienmodell ist da auch völlig gaga immer gewesen. Also das, was heute so verklärt wird als, ja, Jugend ist immer Revolte und das ist wichtig zur Ablösung und das sei ja immer und überall so, ist völliger Schwachsinn. Das zeigen wirklich Studien, Entschuldigung, auch über andere Erwachsenwerdensprozesse. Und ein zentraler Faktor ist, wie viel Kontakt und zwar persönlich bedeutsam Kontakt hatte ein Kind seines Aufwachsens immer schon zu mehreren Erwachsenen. Also das Modell Kleinfamilie ist für den Menschen wirklich unnatürlich, ja, also wir sind in, wenn, in, in, in letztlich erwachsenen diversifizierten Umwelten sind Menschen immer groß geworden. Das heißt, sie hatten ganz viele Erwachsene um sich rum und haben sich dann so ein bisschen, wie, man könnte sagen, wie in der Eisdiele ihr Sortiment zusammengestellt. Sie haben sich halt bedient bei verschiedenen Erwachsenen und nicht bei zwei oder gar nur einer Person. Und wenn das also so ist, ist die Revolte gar nicht so möglich, aber gar nicht sinnvoll, weil das Ganze schon vom Ansatz her sehr viel mehr smooth, also more smoothly oder ich weiß nicht, wie ich es sagen sage, sanfter oder eleganter oder organischer abläuft. Und das heißt, ja, also ich erlebe das so, entweder ganz offen oder unter der Hand sind heutige viele Eltern-Kind-Verhältnisse voller Zwänge. Das ist ganz viel, du musst dieses, du musst jenes, da ist ganz viel Zwang, ja. Und in der Jugend, das ist ja eine generelle Theorie von mir, kommt es zu einer Machtumkehr. Also vorher haben die Erwachsenen die Macht und in der Jugend aus Gründen, nicht nur, weil die Kinder größer werden, sondern weil sie auch selber besser vernetzt sind, auch vor allem in ihrer Peergroup, kommt es zu einer Machtumkehr. Plötzlich haben die Erwachsenen keine Macht mehr und das erleben sie dann als Rebellion, ja, und Revolte und so. Ja, also da kann ich nur sagen, das ist halt absehbar, das hätte man kommen sehen und wenn man das kommen sieht, macht man das von Anfang an anders, weil man weiß, dass man da irgendwann ein Gegenüber hat, das mächtiger ist als man selber und da ist es nicht sonderlich klug, tyrannisch zu agieren oder dem Kind mit irgendwelchen Vorschriften zu kommen und zu sagen so, das ist, es gibt halt dann einen Backfire-Effekt oder wie eben jemand mal gesagt hat, der mich mal gecoacht hat und der ein paar Jahre älter ist als ich und diese Erfahrung schon gemacht hatte, da hatte ich sie noch vor mir, Jugend ist halt Payback-Time, du kriegst zurück, was du vorher gemacht hast, in der Zeit davor, nicht in der Jugendzeit, sondern in der Zeit davor, das kriegst du alles zurückgezahlt und wenn man das vorher schon weiß, dann macht man vielleicht vom Ansatz her am Anfang schon anderes, weil man weiß, auf der anderen Seite wird irgendwann ein Mensch sitzen, der hat Macht über einen und dann ist es nicht klug, wenn man ihn vorher nicht sonderlich gut behandelt hat. Also das sind eigentlich leider Klugheitserwägungen, würde ich behaupten. Das ist pure Klugheit, nicht die Familien tyrannisch zu organisieren und schon gar nicht kleinfamilier. Wenn die Kinder praktisch das diversifizieren, ihren Vorbildanteil, da ist ein Erwachsener, der ist ein bisschen mehr so, da ist ein bisschen mehr so, dann ist so dieses Ganze, ich rebelliere gegen ein, zwei Erwachsene, die für mich eine überbordende Bedeutung haben, fällt schon flach. Entschuldigung, das sind die sozialen Umwelten, aus denen wir kommen. In allen traditionalen Gesellschaften, also bis hin zu eben dann diesem Entstehen der romantisierten Kleinfamilie war das so. Also da waren halt mehr Erwachsene da, die Familie war größer und die Betreuungsarbeit von Kindern hat sich halt auf sehr viel mehr Menschen verteilt. Und dann, ja, mein Gott, die Leute sind unterschiedlich und Kinder erleben dann auch diese Erwachsenenunterschiedlichkeit von Anfang an. Also kurz gesagt, es ist natürlicher, dass Kinder von Anfang an sehr viel vernetzter sind als in unseren Kleinfamilienordnungen. Und in diesen Kleinfamilienordnungen, die, die lösen zuverlässig eine Jugendrevolte aus, bei denen, die sie sich leisten können. Das, weil im Umkehrschluss stimmt es natürlich nicht. Also im Umkehrschluss ist so, wenn keine Revolte ist, heißt das nicht, dass es nicht tyrannisch ist. Es kann nämlich auch sein, dass die Tyrannei arg subtil ist. Das gibt es dann, ist Revolte manchmal schwierig. Also wenn da Erwachsene sehr, sehr geschickt vorgehen, also nicht offen tyrannisch sind, sondern verkappt. Wobei Kinder da auch mit Gegenstrategien, muss man sagen, auch sehr findig sind. Der häufige Fall meines Erachtens ist, dass die Tyrannei so drückend ist, so riskant ist, dass deswegen nicht revoltiert wird. Also mir sind mehrere Personen bekannt, die in ihrer Jugend nicht revoltiert haben deswegen, weil die Tyrannei so überwältigend war, dass Tyrannei gar nicht möglich war. Das wäre lebensbedrohlich gewesen, in dieser Situation zu rebellieren und deswegen gab es keine Rebellion. Das heißt, der Umkehrschluss, wenn es keine Rebellion gibt, gibt es keine Tyrannei, gilt nicht. Aber der Schluss, wenn es Rebellion gibt, gab es vorher, Tyrannei gilt sehr wohl. Ja, und es gibt also einfach Verhältnisse, da wissen Kinder gar nicht, wogegen sie rebellieren sollen und das ist was Gutes. Und das ist also ihrer Ablösung oder Abnabelung gar nicht irgendwie unförderlich. Der Punkt ist eher, sie war nie so vernabelt. Ja, also sie müssen sich nicht groß abnabeln, weil die Annabelung nie so narrow war, so überbordend, so übergriffig, wie sie aber heute in vielen Familien faktisch ist. Ja, also wenn du keine übertriebene Bindung hast, ja, im Sinne von wirklich Übergriffigkeit auf dein Leben, musst du auch nicht dagegen ankämpfen. Und das möchte ich behaupten, ist möglich. Es ist halt sehr aufwendig und da müssen wir dann aber eben nicht nur über Erziehungsstile reden oder über Persönlichkeitsprofile von erwachsenen Menschen, sondern wir müssen über gesellschaftliche Strukturen reden. Darum geht es. Ja, es geht nicht um, was du in deiner kleinen Familie machst oder nicht machst. Es geht halt darum, wie sind dann die Gesamtverhältnisse der Gesellschaft? Wie ist zum Beispiel das Arbeitsleben organisiert? Wie ist das politische Leben organisiert? Darüber rede ich. Ja, ich rede über Strukturen und Systeme. Und was halt jeder so in seinem privaten Alltag macht, ja, das ist halt dein privater Alltag und da gibt es begrenzte Möglichkeiten. Jeder hat da andere, jeder hat andere Ressourcen, jeder hat eine andere Erfahrungsbasis, jeder hat eine andere Stammfamilie, in die er selber reingeboren wurde, ob er wollte oder nicht. Das hat alles Folgen und limitiert unsere Möglichkeiten im Privaten, aber gibt uns eben auch gleichzeitig andere. Das ist ja, macht doch, was ihr wollt. Ja, also da bin ich also, ich bin ganz weit weg davon, Erziehungsratschläge zu geben, weil ich weiß, dass die Voraussetzungen, bei denen wir starten, so unterschiedlich sind. Ich kann halt meine teilen, aber das kann dann auch sehr schmerzhaft sein, ja, im Sinne von, ja, das ist mir halt nicht möglich oder was für einen Scheiß machst du denn da? Ja, also, ja, ist okay, ist völlig okay, wir sind unterschiedlich und werden deswegen unterschiedliche Dinge tun und haben auch unterschiedliche Möglichkeiten. Aber wenn wir sozusagen gesellschaftliche Verhältnisse wollen, die untyrannisch sind oder in denen, also sozusagen Rebellion halt als Artefakt jeglicher Tyrannei eben auch kein sinnvolles Tun mehr ist, dann müssen wir über gesellschaftliche Strukturen reden. Und ich will sagen, also, Revolte und Rebellion sind recht, ja, kindliche Formen, die halt eine stimmige Reaktion auf tyrannische Verhältnisse sind, aber das spricht nicht für die Rebellion, das spricht gegen tyrannische Verhältnisse. Wir müssen die Tyranneien dieser Welt strukturell auflösen, strukturell. Und das geht auf ganz andere Dinge als erstmal reflexhaft irgendwie gedacht werden. Also, es geht nicht auf das Naheliegende oder Intuitive, es geht auf das Nicht-Naheliegende, Nicht-Intuitive und dann müssen wir halt wieder über Demokratisierung und so weiter reden. Ja, weil eine deutlich viel, viel demokratischere Gesellschaft ist die, in der wir dazeit leben. Also, ich rede nicht über eine kleine Veränderung, sondern über wirklich eine gewaltige Veränderung. Und, ja, dass wir das in unserer kleinen Familie anders gemacht haben, hat halt eher kontingente, private, das heißt, völlig zu vernachlässigende Gründe, ja. Was mit mir und meiner Frau so los ist, wen interessiert das, ja? Ich würde sagen, niemanden außer uns. Und das ist okay so, ja, also, jeder hat halt andere Voraussetzungen, jeder hat ein anderes Leben, jeder hat andere Dinge erlebt. Meine Frau und ich sind zufällig in sehr, sehr autoritäre Familien geboren worden, deswegen haben wir uns wahrscheinlich auch gefunden und haben dann halt beschlossen, einige Dinge sehr anders zu machen. Und das haben wir nie bereut, ja. Und daraus kommen dann solche komischen Aussagen zustande, unter anderem daraus, ja. Also, wie gesagt, wir haben einen nicht rebellierenden Sohn und es ist alles gut, Beziehung ist intakt, wir waren aber halt auch nie so übergriffig wie halt die meisten anderen. Und zumindest unser älterer Sohn, wie gesagt, als unser Sohn kleiner war, habe ich gerade ich, also meine Frau war immer schon etwas besser und weiter als ich, habe gerade ich sau viele Dinge verbockt an meinem Sohn, ja, wo ich mich echt nur entschuldigen kann. Das war echt dumm, also ich könnte jetzt Sachen aufzählen, die ich echt grob falsch gemacht habe aus meiner heutigen Sicht. Aber unser, sag ich mal, etwas älterer Sohn, da ist so das Feedback, der sagt dann wirklich Dinge wie, ich zitiere, also eigentlich so, was ich so wahrnehme, seid ihr so die entspanntesten Eltern. Also, er erlebt dann halt jetzt in seiner Altersstufe halt seine Mitschüler und deren Eltern und sagt, wir seien die entspanntesten. Okay, ich erlebe das als Lob. Und das hat natürlich auch Downsides, ja, also man kann das gar nicht, man sollte das gar nicht beschönigen, im Sinne von, ja, wir machen uns auch, wir haben Ängste, wir haben Sorgen, auch ganz große Sorgen, das ist unsere komische Art, da zu sein und wie wir das gestalten in unserer Familie echt auch große Nachteile für unseren Sohn haben könnte. Solche Gedanken gibt es gerade bei mir durchaus. Auch da ist wieder meine Frau viel klarer, also sie macht sich solche Gedanken und Sorgen nicht. Die findet, sie sind voll on track. Wir machen das super. Ich habe halt, weil ich ein Zweifler bin und so, große Sorgen, ja, ob unser Sohn dann also fähig ist in der Gesellschaft, wie sie heute ist, zu funktionieren und einigermaßen okayes Leben zu haben. Ja, keine Ahnung, es ist eh, also der Zug ist eh schon abgefahren. Also das, was man als Eltern schrauben kann im Großen und Ganzen, ist alles gelaufen. Jetzt ist eh zu spät. Also, wenn ich es grob verbockt habe oder wenn wir es grob verbockt haben, dann haben wir es schon verbockt und können es jetzt kaum mehr ändern. Also, längst sind wir bei dem Level angekommen, wo für unseren Sohn die Peers, also seine Gleichaltrigen viel wichtiger sind als wir Eltern. Wir sind halt noch back up und da und ja, klar, ich gebe mir große Mühe, die Beziehung einigermaßen aufrechtzuhalten, gerade weil das zwischen mir und meinem Vater ganz anders war. Da war die Beziehung schon kaputt, schon, weiß ich nicht, sehr, sehr früh. Sehr, 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 sehr früh. Also, geschweige denn im Jugendalter, da war von Beziehung, konnte nicht mehr die Rede sein. Ähm, aber, ja, also, soweit ich das wahrnehmen kann, haben wir eine intakte Beziehung und die ist halt zunehmend, wird die unwichtiger irgendwie, weil halt andere Dinge wichtiger werden. Das ist der natürliche Prozess. Aber der findet völlig ohne Revolte, ohne Rebellion statt, ist trotzdem für uns als Eltern natürlich sehr schmerzhaft, ja. Also, der Schmerz ist auf der Elternseite. Das ist aber nicht das Problem unseres Sohnes, sondern halt unseres, ja. Das ist vielleicht auch eine Frage, wie gut sind die Beziehungen, die die Erwachsenen selber haben. Weil viele Erwachsene, wenn sie Kinder haben, vereinsamen, ja. Also, das Problem der Erwachsenen ist, dass auch ihre primär Bezugspersonen die Kinder sind und das ist dann ein Problem, ja. Dagegen können Kinder auch rebellieren. Das ist also der Imperativ, den die Kinder dann eigentlich haben, ist, sucht euch doch bitte richtig gute Freunde und lasst mich in Ruhe, ja. Und viele Erwachsene, die Kinder haben, haben keine richtig guten Freunde. Also, Leute, zu denen sie gehen können und von denen sie sich wirklich verstanden und entlastet fühlen, auch emotional, ja. Also, manche müssen dann halt, Entschuldigung, einen Coach oder einen Therapeuten nehmen, weil sie keine richtig guten Freunde haben. Sorry, so ist die Welt, ja. Don't shoot the messenger. Das ist halt die Scheißgesellschaft, die wir halt aufrechterhalten gemeinsam. Da sollten wir halt einiges dran drehen, dran schrauben, aber das muss auf Systemlevel, auf Verfassungslevel passieren. Da muss geschraubt werden, da müssen wir Dinge ändern, damit dann auch im Privaten, auf der Mikroebene, einige Dinge anders laufen können. Derzeit, ja, unsere aller Möglichkeiten sind extrem begrenzt, Dinge besser zu machen, im Privaten. So sehe ich es zumindest und habe einigermaßen im Rahmen wieder meiner begrenzten Möglichkeiten meinen Frieden damit gemacht. So, jetzt muss ich zur Arbeit. Ciao, ciao und ich wünsche allen alles Gute, egal, auch wenn ihr das ganz anders macht. We are welcome. Mach dein Ding, mach was für dich richtig ist, mach was für dich stimmig ist und ignoriere den ganzen Scheiß, den ich erzähle. Wenn es für dich Schwachsinn ist, dann ist es Schwachsinn. Alles gut. Cetrum Censio, Isonomia am Esse Sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss.